Fiona Erdmann hat in den Emiraten ihr großes Glück gefunden. Gemeinsam mit ihrem Mann Mo und Söhnchen Leo lebt die ehemalige GNTM-Teilnehmerin seit einigen Jahren in Dubai, wo sie auch weiterhin als Model arbeitet. Doch etwas scheint sie aus der alten Heimat doch zu vermissen. Ihren Papa. Auf Instagram postet die 32-Jährige nun dieses Bild mit Vater Gerd. Dabei fällt sofort auf, wie professionell die beiden mit der Kamera spielen. Kaum verwunderlich, denn der 72-Jährige steht ebenso wie seine Tochter als Model vor der Kamera. Erst vor wenigen Jahren entdeckt der gelernte Bildhauer und passionierte Gastronomen sein Talent fürs Posieren und versucht sich als Best-Ager-Model. Auch im TV hat er sich schon bei der Show Claudias House of Love als Kandidat präsentiert. Da war Fiona wohl die perfekte Inspiration für die späte Zweitkarriere im Rampenlicht. Was die Fans an dem Posting dann aber doch etwas stutzig macht, ist Fionas Kommentar zum Bild. Hoffe, dass wenn wir nach Deutschland kommen, wir uns mal wiedersehen und Leo seinen Opa kennenlernt. Wir müssen unbedingt quatschen und was ausmachen. Gerds Antwort folgt prompt, wann immer du Zeit hast. Na dann auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen der beiden. Gerade jetzt, nachdem Fiona im Mai eine Fehlgeburt erlitten hat, kann sie etwas Unterstützung aus der Familie sicher gut gebrauchen.